Kapitel 1 Übung A4 Woher kommen die Personen? Hören Sie! Sigmund Freud kommt aus Österreich. Albert Einstein kommt aus Deutschland. Leonardo da Vinci kommt aus Italien. William Shakespeare kommt aus England. Pablo Picasso kommt aus Spanien. Leo Tolstoi kommt aus Russland. Alfred Nobel kommt aus Schweden. Frédéric Chopin kommt aus Polen. Isabel Allende kommt aus Chile. Jean-Paul Sartre kommt aus Frankreich. Konfuzius kommt aus China. Nelson Mandela kommt aus Südafrika. Mahatma Gandhi kommt aus Indien. George Washington kommt aus den USA. you Vielen Dank.